Ich hab's gesehen, der Finger ist ab. Schnipp, schnapp, der Finger ist ab. Äh, kann ich hier durch? Irgendwie? Wie geht's jetzt hier weiter? Ah, da ist der Schlüssel zum Fahrstuhl. Jetzt muss ich wieder zurück, den ganzen Weg weg. Wo ist er denn? So, mein Freund, Tür zu. Aber hier bringt's mir doch nix. Hau ab. Gibt's hier noch irgendwo eine andere Tür? Nee. Verstecken wir uns. Verstecken wir uns. Hier. Wenn der jetzt in die Toiletten reingeht, renne ich wieder raus. Komm schon, geh schon, geh schon. Geht der überhaupt da rein? Geht der denn hin? Ah, der guckt unter die Betten. Okay, no risk of fun, Leute. Okay, die kann ich nicht schließen. Aber die. Okay. Ab zum Fahrstuhl. Adios, amigos. Wir haben's geschafft. Woo. Was kommt als nächstes? Nee, oder? Hau ab. Hau ab. Oh, das ist ein schönes Ende für ihn. Das gefällt mir. Hallo. Der ist tot. So, und jetzt fahr ich wieder hoch, oder was kann ich jetzt mal... Muss ich die Tür hier aufmachen? Ah, nee, hier ist ein Schacht. Okay. Alles klar. So, den hat's da hingerafft. Hehe. Gott sei Dank, ich hab den nicht gemocht. Jetzt bin ich hier in einem anderen Stockwerk. Ist hier noch irgendwas? Ah, die Tür ist eh wieder zu. Brauchen wir gar nicht gucken. Jetzt kann ich runter und hoch. Also, ich bin der Meinung, ich muss, glaube ich, eh runter, ja. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier noch eine Batterie? Jawoll. Ja, man muss hier wirklich jeden Winkel absuchen. Nervenkitzel, Nervenkitzel hier. Gibt's hier noch Batterien? Nö, okay. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch schlimmer wird. Oder ob wir das Schlimme jetzt schon geschafft haben. Hm. Das hat der Priester, oder? Okay. Ja, ich glaub, der steht sogar da, der Priester. Da ist er doch. Danke, Gott, du überlebt hast. Ich dachte, dieser säkuläre Maniak würde dich auf, wie die anderen. Du blöder Penner. Wir sind jetzt dicht. Geh in die Kirche. Ja. Und da bin ich dann sicher, oder wie? In der Kirche. Gucken wir mal, was hier ist. Ach, du meine Güte. Burn, let it burn. Eigentlich brauchst du nochmal. Die erste Toilette, da ist nie was, äh, drinne. Das ist deren Putzkammer, ne? Okay. Das war's. Abonnier bin ich gekommen. Ich muss hier lang. Äh, ne. Hier lang. Ist mir etwas zu weit gegangen. Ich dachte, Kirche, heiliger Ort, da bin ich vielleicht sicher. Hm. Oh, diese Musik schon wieder. Brauchtslicht. Äh, die Kamera, meine ich. Hier sind ganz viele Schränke zum Verstecken. Cool. Das freut mich. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kann man sich hier verstecken? Ja, ja. Die sind so verstecken gedacht. Okay. Also, es wird gleich wieder amüsant. Ich glaub, der Fette kommt gleich oder so, ha? Dieser ekelhafte Fettsack kommt wieder. Ich mag ihn nicht. Der dicke Kontrolleur. Der dicke Kontrolleur. Yes. Genau. Frauen an die Macht. Ja, war mir doch klar. Dass der jetzt stirbt, weil er kündigen wollte. Das hab ich schon irgendwie vorhergesehen. Bei diesem Ort kann man nur sterben. Aber ich hoffe, ich bring's noch dazu, hier rauszukommen. Und nicht so zu enden, wie der Kollege hier hinten. Ich hab irgendwie schon wieder so ein ganz doofes Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber... Ich glaube... Ich glaube... Kann man hier auch... Kommt ich hier durch oder ist das jetzt ein Fehler gewesen, dass ich jetzt hier reingegangen bin? Ich weiß es nicht. Naja, wir werden's erleben. Du bist auch ein Trottel. Ah, Mann, wenn ich dich schlagen könnte, würde ich das jetzt tun. Trottel! Willst du uns alle umbringen? Burn, let it burn. Ja, da, die Feuerwehr ist da. La, 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 la. So. Jetzt haben wir das. Haben wir hier irgendwie noch lang? Gibt's hier irgendwas? Nö, okay. Da hinten kam ich nicht lang, das hab ich schon gesehen. Nein, da war alles mit diesem Feuer zu. Komm, wir schließen mal die Tür, Freund. Dir kann man nicht mehr helfen. Dir kann man nicht mehr helfen. Dir hilft jetzt das Feuer. Das meint's jetzt gut mit dir. Es erlöst sich von deinem bösen Leid. Ähm, warte mal bevor... Ich werd was gucken. Kann ich hier doch irgendwie... Ich komm hier doch durch. Ey, wo ist dieser blöde Pfarrer hingerannt? Ich würd gern mal wissen, ist der evangelisch oder katholisch? Was ist denn der? Können wir den ja mal fragen. Spaß. Es war mir klar, dass der jetzt kommt gleich. Und ich glaub, der kommt auch... Bestimmt jetzt bald. Weil hier sind so viele Schränke... ...zum verstecken. Okay. 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 Das kann ich auch nicht öffnen. Zweite Ventil. Jetzt, wo du sagst, hab ich gar keinen Bock mehr hier lang zu laufen. Ich weiß, dass der jetzt gleich... Da ist er doch. Ach, Mann. Erstmal ein Schrank. In der Hoffnung, dass er nicht wieder aufmacht wie das letzte Mal. So. Nein. Letzten stop doors. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, aber nur gut. Hier gibt es nur einen Schrank. Es ist jetzt die Frage, in welchen guckt der rein? Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte es ja ausmachen. Jedes Mal drücken. Das nervt mich. Naja. Kommt vor. Ist er jetzt weg? Hm. Hallo. Kann ich jetzt rüberspringen? Ja. Hätte ich mich auch verstecken können. Pass doch mal die Kamera jetzt an. So. So. Oh. Der macht mir bestimmt was. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es ist eklig, was er macht. Da alleine. Ja, toll. Dann können wir die Tür auch auflassen. Dann können wir schneller wieder raus, weil... Ich kann mich hier irgendwo verstecken. Oh, komm mal. Wir haben alles verwendet. Komm. So, ich bin jetzt so viel rumgerannt wieder. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht genau. Oh, blöde Arsch. Blöde Arsch. Da ist er wieder. Oh, das war so klar. Lauf, 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 lauf. Itu war so krank. Oh, 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 oh.